Salat, Tomaten, Zucchini, Kräuter, selbst angebaute Lebensmittel schmecken besonders gut. In diesem Garten hier kann das Gemüse aber noch mehr. Es hat eine pädagogische Aufgabe. Wir sind im Schulgarten der Universität Innsbruck. Hier werden Studenten, die später einmal als Lehrer arbeiten werden, in Sachen Lebensmittel und deren Anbau ausgebildet. Sie sollen an ihrer Schule später einmal selbst ein Schulgartenprojekt ins Leben rufen. Gerade im Bereich der Lehrerausbildung halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass die Studierenden einerseits Fachwissen erwerben, das sie fundiert auch besitzen können, aber auch direkt in unmittelbaren Unterrichtssituationen bzw. im unmittelbaren Handeln auch anwenden lernen. Und der Schulgarten ist so ein Bereich, wo ich das ganze pflanzenphysiologische, das ganze zoologische Wissen mit hineinbringen kann. Ich kann ökologische Kreisläufe z.B. mit meinen Schülern dann behandeln. Am Land wissen die Kinder meist genau, wo ihre Lebensmittel herkommen. In den Städten sieht dies oft anders aus. Durch den Schulgarten soll das Bewusstsein für die Herkunft der Nahrungsmittel gestärkt werden. Wir haben Studien dazu, die deutlich zeigen, wenn Kinder selber in einem Schulgarten z.B. arbeiten oder sehen, wie diese Nahrungspflanzen z.B. wachsen, essen sie selber gern oder mehr Gemüse, vielfältigeres Gemüse und sie essen auch gesünder. Also das heißt, ich kann einerseits Fachinhalte aus der Biologie, Umweltkunde, Artendiversität, Aufbau einer Pflanze im Schulgarten machen, auf der einen Seite, aber ich kann auch Ernährungslehre im Schulgarten machen und ich kann die Kinder auch anhalten, selber aktiv zu werden und zu sagen, okay, ich kümmere mich selber dann auch in der Zuhause z.B. drum. Derzeit werden im Schulgarten nur Lehramtsstudenten unterrichtet, die Biologie als eins der beiden Fächer haben. Das soll sich aber ändern. Unterrichtsmöglichkeiten gibt es in einem Schulgarten viele, auch andere Fächer können eingebunden werden. Einer der Studenten hat als zweites Fach Mathematik. Wie eine Ellipse konstruiert wird, kann auch im Garten erklärt werden, mit dem Anlegen eines ellipsenförmigen Beetes z.B. Beispiel. Ja, die Ellipse ist ja definiert als die Menge aller Punkte, die in Summe den gleichen Abstand von den beiden Brennpunkten haben. Und das kann man im Schulgarten sehr gut umsetzen. Man fixiert einfach die zwei Brennpunkte mit zwei Stäben und bindet dann eine Schnur an, zieht das nach außen. Somit hat der Punkt am äußeren Ende immer den gleichen Abstand von den zwei Brennpunkten. Und das kann man rund umziehen. Und so entsteht dann eine Ellipse. Am Institut für Fachdidaktik geht es darum, die Lehrerinnenausbildung zu verbessern. Bei der Vorlesung im Grünen geht es auch darum zu verstehen, wie dieser Teil der Ausbildung dazu beitragen kann, später Wissen an die Schüler optimal zu vermitteln. Im Fokus liegen dabei auch regionale Sorten und Vielfältigkeit. Es braucht auch ein Verständnis dafür, dass bestimmte Sorten an bestimmten Plätzen besser wachsen wie an anderen. Im Rahmen der Forschung der Universität Innsbruck ist am Forschungsbauernhof in Inns ja eine eigene Forschungsgruppe mit der Landesregierung, mit der Gruppe Agrar gemeinsam, die draußen ihre Anpflanzversuche haben zu regionalen Sorten. Mit denen arbeiten wir zusammen, weil wir möchten auch, dass künftig Lehrer, Lehrerinnen da Interesse haben, in ihren eigenen Schulgärten regionale Sorten anzubauen. Einerseits, weil es vielleicht besser schmeckt, aber auch andererseits, weil sie einfach an bestimmte Situationen besser angepasst sind. Und da haben wir jetzt vom Forschungsbauernhof, also vom Herr Mag. Bartl, regionale Kartoffelsorten, den Ackersägen zum Beispiel auch bekommen und da angepflanzt, dass die Studierenden auch einfach so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen. Der Schulgarten ist Teil des EU-geförderten Forschungsprojektes Big Picnic. Verschiedene, hauptsächlich europäische Universitäten, botanische Gärten und andere Institutionen, forschen an Themen wie Nahrungsmittelsicherheit, Zukunft der Ernährung, regionale Sorten und Lebensmittelvielfältigkeit. . . . Vielen Dank.